Ein Mensch so klar, so lupenrein, mit Blütenfeiß auf Westen. Und ich bitte um die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger dabei, dass wir die Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeinsam gewährleisten können und dass wir ihnen auch solidarisch beiseite stehen. Computer sagt ja. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien? Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen Ihnen Schaden. Desinformation kann Leben kosten, aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen. Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben. Du musst mal ein Eierlikörn trinken, das Leben muss ja weitergehen. Das ist ein Eierlikörn trinken. Das ist ein Eierlikörn, das Leben muss ja weitergehen. Und das ist so, dass wir schon nöchigen.